Hast du den Balli da hinten noch? Bitte was? Den Backendacken? Ja, den haben wir auch noch. Den haben wir jetzt drei Wochen nicht, den war heiß. Da lebt er so weg, oder? Hast du die gelauscht? Ja. Ja. Gibst du bitte den Stock vom Platz wieder? Ja. 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 Au, au, aua. Machst du die der Mitte kaputt? Ja. Hast du keine Ahnung? Doch, das ist ein meiner, den hab ich gestern. Nein, den hab ich aufs Autobahn holt. Ja, aber ich hab den abgeführt. Ja, aber ich hab den abgeführt. Ja, aber ich hab den abgeführt. Da hinten bei uns. Da hinten bei uns. Holländisch. Schritt wollen beachten. Ja. Kann ich noch kurz auf... Ach so. Ich hab die längst. Ja, ich hab's mit dem abgeführt. Oh, da hinten bei uns. Lass mich etwas nicht für alle. Ich hab dich wohl verraten. Ich hab dich doch einen padres weg. Aber es ist wichtig. Können wir? Ja, ich hab dich. Ach so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry. Alles okay. So was gucke ich mir gerne an. Da kann man auch mal Fehler machen. Alles okay. Fuß. So was ist das? So was ist das? Das ist der von 20.000 Strasenfall. Tja, Junta, da wusstet wohl, nochmal Theorie teilüben müssen. Jetzt steht er hier direkt davor. Das ist ja ungünstig. Am besten noch so Schrägwand, dann hätte ich alle die haben. Da ist das Schräg. Die Schräg sind auf der anderen Seite. Das ist Schräg. Das ist die Schräg. Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Ja, da kannst du noch dran arbeiten. Sie hat doch schon mehr Hündigöter, oder? Warte? Hatte sie nicht schon vorher 100 Mal gesehen? Nein. Vor der Bus zum Bullse ab? Nein, das ist der erste Mal. Ein Bullseye. Ein Mini Bullseye. Ja, ja. Und da weißt du, wie alt die Hündin ist? Seit 18 Monaten oder so. Schau nach dir ab. Die 1 in drinnen. Die Tür macht schon Pferde jetzt auch. Pferde jetzt auch. Pferde hört sich an. Hast du mit jemandem gemacht, oder was? Ja, das ist aber auch nicht. Vielleicht mal nicht, was hat ich gemacht. Das ist auch schön. Ich schicke jetzt. Gut. Unterordnung beendet. Unterordnung beendet. Nein. Auch nicht. Ja. Ja. Ich habe ein paar Mal.